Herzlich willkommen wieder beim einzigen Überlebenden. Ja, wie hieß es noch gleich? Nicht wahr? Wie muss ich jetzt? Was muss ich jetzt nochmal machen? Du bist so hungrig. Habe ich nicht was? Ich habe doch bestimmt was außer verrottetem Fleisch. Den Squid Stick. Den magst du doch, oder? Geil, oder? Oh ja, richtig geil. Hat sich auch voll gemacht. Ja, geil. So, weiter geht's. Teleportation. So. Wo bin ich hier nochmal? Ah, Schloss ist zerbrochen. Ach so. Ja, stimmt. Hier war ich. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Nochmal hier. Karte. Okay, da hinten war irgendein großes, böses Viech. Und wo muss ich jetzt hin? Gehe ich einfach mal hier wieder raus. Ach so, ich bin hier noch nicht draußen. Alles klar. So. So. Ah ja, stimmt. Jetzt muss ich hier lang, ne? Geil. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Auf das tolle Zeug, was hier passiert. Was hier in Wirt. Nimm ich hier. Hier, nimm das verrottete Fleisch. So. Da kommt der, da kommt der Otto. Oh Gott, ich muss ja zwei setzen, nicht wahr? What the fuck? What the fuck? Fuck you. Das hat mich richtig erschreckt, was du da gemacht hast. Boah. Äh, war doch gar nicht so schlecht. Bin ich jetzt hier? Auf der anderen Seite. Toll. Oder das etwa auch geblockt, ey. Shit. Toll, ich bin wieder am Anfang. Scheiße. Scheiße. Was hat es mir jetzt gebracht? Gar nichts. Und dieses Viech lauert der immer nur. Wie soll ich sonst gehen? Sag es mir bitte. Da ist es versperrt. Da ist es auch versperrt. Hier ist es überall versperrt. Hier gibt es nichts anderes. Was willst du von mir? Vor allem da, da soll ein Spiegel sein hinter diesem Monster. Das ist ja herz aller Liebst. Oh, ja. Du brauchst nicht nochmal zu sagen, ich habe es verstanden. Inzwischen. Ach ja, diese, dieser Mist. Weiß zwar nicht, was der bringen soll, aber ist okay. Da war alles versperrt. Da hat es mir nichts gebracht, wenn ich was getan habe. Das ist auch gekloppt, was hier passiert. Ja, was soll ich tun? Da hinten ist noch... Da hinten ist noch frei. Aber ich bin da nicht durchgegangen, weil ich ein Dummkopf bin. Ein Dummkopf bin ich, ey. Mann. Was soll ich machen? Weiß nicht, was ich tun soll. Hier gibt es auch nichts, wo ich mich verstecken könnte, oder nicht? Oder doch, meine ich? Okay, du willst es. Ach, du kannst mich nicht sehen. Geil. Geil. Kann ich das vielleicht so machen? Ein bisschen warten. Ein bisschen warten. Ein bisschen warten. Ein bisschen warten. Der ist doch sicher hungrig, oder? Nein, kann ich nicht. Der resetet sich so einfach. Ach. Ach so, das ist nur die Leiche. Ach Gott, weißt du was? Shit. Ich bin zwar jetzt nicht sehr munitionseffektiv, aber das ist mir egal jetzt hier. Hier. Nehmt das. Hier. Fruchtsalat. Der lohnt für meine Mühen. Äh, bitte, bitte, bleibt da ruhig stehen. Der Generator ist im Keller. Ich muss mein, ich muss irgendwie zu den Treppen kommen. Warte, danst der? Der danst doch, oder? Im Disco-Light. Geil. Ist auf jeden Fall ein geiler Typ. Ich muss... Oh, ich weiß... Okay, ich weiß nun, was ich tun muss. Äh, ich hatte gehofft, nicht in den Keller gehen zu müssen. Ist ziemlich grusig dort. Ja, kann ich verstehen. Vielleicht. Hier sind ja keine Monster mehr. Habe ich ja alles kaputt geschossen. So. Ab in den Keller. So, dieser... Diese riesige Kreatur in der Lobby. Vielleicht kann ich es in den... Aufzug zwängen. Wenn ich ihn irgendwie wieder zum... Arbeiten bekomme. Ich weiß so, dass es sowieso hier in den Keller geht. Also. Auf geht's, Mann. Auf geht's. Batterien. Yay. Blutige Tür. Es ist verschlossen durch diese... Venen. Hm. Herz aller Liebst. Sollte ich vielleicht nochmal hier... Pennen gehen, bevor ich weitermache. Komm, mach ich nochmal. Zack. So, hier. Guck in den Spiegel. Wenn ich alles niedergeschossen habe, ne... Wird mir... Wird sich wahrscheinlich noch irgendwann rächen. Aber trotzdem. Geil. Bisschen schlafen. Hat nicht viel gebracht. Das bringt dir nie viel. Undankbares Stück. Liebe, Liebe. Komm, ich mach ausnahmsweise meinen Frühjahrsschluss, ne? Ausnahmsweise mach ich meinen Frühjahrsschluss. Ah, ja. Damit verabschiede ich mich. Du bist schon wieder hungrig, du verfressenes Schwein. Auf Wiedersehen.